Los, quäsch den, quäsch den! Vorwostern, ja. Oh, vergess es! Der ist richtig klein! Was steht da, Ende? Nächstes Mal selber, vorwostern. Minimo, Ralf, Minimo! Sonst kam das immer zuletzt, ne? Das ist großer, ja. Nein, das ist nicht der Letzte. Sie hatten dann doch mehr. Ne, ich meine das mit Vorwostern. Guck, den machen wir mit dem Stiefel. Ja, ja, der steht da noch. Mama? Ja? Hast du das gerade gesehen? Bist du da? Ja, hier, hier. Alles gut? Da ist auf jeden Fall noch einer. Noch zwei. Es sind 506 Stück. Das war jetzt der vierte. Und jetzt kommt der fünfte. Und jetzt kommt der fünfte. Diese Seite ist okay, da? Ja. Warti, guck mal diesen Kleinen an. Der ist wirklich ein Millilieger. Denk ich. Oh, Hermanti, guck mal den an. Der ist ja sogar größer als der. Glaubst du. Das raucht vielleicht, du. Ja, da, du, Lisa. Der letzte. Nein. Noch einer. Komm da. Es müssen immer eine gerade Zeit sein. Immer eine gerade Zeit sein. Da sind noch drei. Bitte crash den. 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 Ja, der wird den vielleicht crashen. Oh, das ist ja auch ein Millilieger. Ja. Ja, 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 ja. Schade. Das ist auch ein Millilieger. Oh, da kommt wieder Lisa. Oh, der ist wirklich dicht dran, ja. Ja. Gut, dass er einen Zaun aufgespielt hat. Guck, Camus sagt er doch, der Zaun hält das auf. Aber nicht lange. Du hast doch gehört, das ist auf Metall. Aber der hält das nicht lange aus, Mann. Doch. Oh Mann, der sollte den crashen. Echt? 1, 2, 3, 4 Reifen Nein! Ja, 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 pass auf. Der Feuer wäre immer ein bisschen alt. Da ist Müll mit Leiden, bitte. Der wird den Fleisch quescht, ne? Bitte, bitte, bitte! Das geht aber immer nicht. Entschuldigung. Schon Tradition, ne? Ja, gibt's das schon? Das war immer kleiner. Ja. Schon über 37 Jahre. Schätze ich vielleicht schon. Ja, nicht! Wieder so ein kleiner. Vielleicht, vielleicht! Ja, 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 ja! Scheiße! Ihr wollt ja nur, dass sie sich treffen, ne? Ja. Das würde cool aussehen. Schau! 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 Schau!